Guten Morgen! So, wir haben heute Mittwoch und das heißt, ich bin jetzt Mittwoch, Montag, Montag, 5 days out, das heißt nach 5 Tagen bis zum Wettkampf, jetzt kommt schon langsam die Nervosität wieder, ja, für mich gibt es halt ein Posing-Training und danach am Abend ein Oberkörper-Training, aber eher schon leicht, also entlademäßig. Ich habe mich gerade vorhin schon auf die Waage gestellt und habe abgenommen, das ist gut, bin jetzt bei 56,4 und ja, ich kann euch jetzt eh kurz meine Form zeigen. Zum Essen gibt es jetzt erstmal nichts, erst nach dem Posing-Training werden ich was essen und deswegen nehme ich jetzt 10 Gramm-BCA-As in Kapselform, da zeige ich dir ja mal kurz. Und dann eben wegen der Entwässerung, dem Brennnesselsaft, da gibt es 20ml, den gibt es in der Apotheke und Yellow-Börner sind die Fett-Börner eben, die ich verwende. Ja, und außerdem heute 9 Liter trinken, ich habe mir gestern schon große Cola Zero Flaschen geholt und eben, dann trinke ich noch gerne diesen Stuff hier, so ein Mineral Liquid in Low-Carb, ohne Zucker, also hat glaube ich Proportion 0,2 Gramm und ähm, was wollte ich noch sagen, ja, sehr viel Salz, also 15 Gramm Salz habe ich heute wieder. Ja, wir hören uns dann später vom Posing-Training und ja. Ja, wir hören uns dann später vom Posing-Training und ja. Ich bin wieder zurück vom Posing-Training und ja. Und das ist jetzt mein erstes Essen und zwar habe ich jetzt 100 Gramm Hähnchen und ein Brokkoli wieder dazu und eben ganz viel Salz. Ich bin jetzt zurück vom Posing-Training. War für mich heute ein leichtes Training, also nunmehr entladen und danach haben wir noch Post, mein Freund und ich. Und jetzt gibt es wieder das gleiche wie gestern und zwar 300 Gramm Eikla, 100 Gramm Zucchini und eben wieder ein paar Himbeeren hier. Später noch ein Löffel von der Mandelbutter und das Salz muss noch weg. Also heute habe ich eben 20 Gramm. Das habe ich mir jetzt in Kapseln gefüllt, weil versalzenes Essen ist auch nicht so gut.